Hallo und herzlich willkommen bei unseren Buchtipps. Heute möchte ich euch die neue Biografie von Jürgen Neffe vorstellen. Marx Anlässlich des 200. Geburtstages von Karl Marx ein einzigartiger Blick auf die revolutionären Vordenker des 19. Jahrhunderts. Mit seiner Analyse des Kapitalismus als entfesseltes System sagte Marx die globalisierte Welt und die Finanzkrise unserer Tage voraus. Marx erschien bei Pantheon.